So, jetzt sind wir mittlerweile hier in diesem Zug gelandet. Was rede ich? Natürlich sind wir im Zug gelandet. Wir sind jetzt hier in diesem Abteil, wollte ich sagen. Ja. Aha. Okay. Alles klar. Moment, hier kann ich interagieren. Ah. Okay, das erklärt, warum ich die noch im Inventar hatte, habe, und die andere weg war. So, schreiben? Ja, sicher. Tja, das scheint... Ah, okay. Wollte gerade sagen. Karte ist überschrieben. Ja, und jetzt habe ich hier im Inventar überschriebene Karte. Kartenschlüssel B neu. Untersuchen. Ein Kartenschreiber hat den Kartenschlüssel neu beschrieben. Ah, damit solltest du in Wagen 13 kommen. Okay. Dann bin ich jetzt mal mehr oder weniger gespannt. Weil ich kann mich gerade gar nicht erinnern, äh, dass es hier hinten weiter ging. Oder dass es da eine Tür war oder so. Ich meine, hier war dieser Computerraum und dann war Ende. Ja, meine ich doch, ne? Oder ist das irgendwo eine Tür hier? Ne. Hier kann ich auch nichts benutzen oder so. Äh, nein. Nein. Schade, schade. Naja, wir können ja einfach mal... ...gucken. Weil, das ist ja ein... ...ein riesiger Zug quasi. Ein... ...ja, bitte rein da. Ein zweistöckiger. Also gehen wir mal runter. Und ist eigentlich logisch, dass man mehr so unten... ...die Waggons wechselt. ...obwohl das ja gerade nicht war. Naja. Ja, nun guck doch da vorne hin. Ah, den hatten wir schon. Weggemacht. Äh, aber... ...ich kann ja mal diese Kabinen hier durchsuchen. Lustiges Kabinendurchsuchen. Sehr gemütlich. Oh, was liegt hier? Munition! Munition! Kann man immer gebrauchen. Wenn man einen Zug fährt. Oh, Info. Oh, 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 oh. Ja, ja. Mhm, mhm. Ah. Kugelsichere Weste verloren. Liegt die hier irgendwo? Ein Bett. Ein einfaches Bett. Äh, okay. Mein Gott, mit vielen Leuten in der Bude, ey. Viel Spaß. Noch ne Info. Ach. Na, das ist schön. Das wusste ich aber. Mhm, 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 mhm. Los, 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 los. Los, 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 los. Oh. Noch ne Info. Gibt's hier nur Infos? Wasser sparen. Spinde nicht gewaltsam öffnen. Äh, das ist eh nix zu gebrauchen. Kann man... Ja, toll. Danke für den Hinweis. Oh, der hat was verloren. Erste Hilfe. Naja, meine Energie sieht ja noch ganz gut aus. Von daher. Ja, wie, das war jetzt alles? Na gut. Ich wollte ja, wie gesagt... Ähm... Bin ich ja noch auf dem Weg... ...zu... ...Wagon 13. Ich hoffe, dass das... ...Einspeicherung... ...ist das? Das ist nichts. Nichts Ungewöhnliches. Äh, mal gucken. Nichts Ungewöhnliches. Aber hier ist was Ungewöhnliches. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wir haben ja gerade diese Karte hier neu beschrieben. Und die sollte jetzt in diese Tür passen. Benutze. Yes! Flupp, juhu, das freut mich. Und die Tür geht auf. Ja, ein neues Level. Meiner weniger. Ähm... Da liegt jemand. Oh! Ach Gott, Junge, 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 Junge. Was haben sie denn mit dir gemacht? Nichts. Ja, nehm ich mal, ne? Du brauchst das ja eh nicht mehr. Er wurde von nahe mit einer Schrotflinte erschossen. Mhm. Tja. Ich geh erstmal nach oben. Gute Taktik. Wie in so einem Horrorfilm, da rennen auch immer alle erst nach oben. Äh... 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 Was gilt zu tun? Hallo? Sonst braucht wer da? Nö. Ja, Munizierung nehme ich gerne. Mehr nicht. Da ein Laptop. Okay, das Datum der Abfahrt. Äh... Okay, wo war denn... Sehe ich das? Wann waren wir denn losgefahren? Das steht doch hier nirgends. Das hab ich bestimmt in meinen Infos irgendwo stehen. Naja, wir gucken erstmal hier rum. Ui. Ui. Wohnzimmer? Raum? Naja. Doch. Oha. Nein, dann laufen wir nicht schießen. Ah, hier braucht man wieder nen Zahlencode. Oh, hier geht's schon wieder runter. Achso, hier geht's auch runter. Oh, das ist cool. Jetzt sind wir einmal in ne Runde gelaufen. Ich guck mal gerade, ob man hier noch... Warum? Hier, äh... Da brennt's. Das wäre gefährlich, jetzt hinaus zu gehen. Okay, dann machen wir das mal nicht. Hier ist gerade jetzt wieder so ein... Äh... Speicherraum. Ja! Ein Speicherraum. Das machen wir doch gleich mal. Und an dieser Stelle einen Schnitt. Und in der nächsten Folge geht's weiter. Bis dahin.